In diesem PIX-RDR Schnipsel Tutorial lernen wir, wie man mit Ebenen in PIX-RDRX arbeitet. Sie können das Paneel Neueste anzeigen oder minimieren, indem Sie auf diesen Pfeil klicken. Klicken Sie oben auf das Plus-Symbol, um die verfügbaren Ebenenoptionen zu sehen. PIX-RDRX ermöglicht das Hinzufügen von leeren Ebenen, Bildebenen, Rahmenebenen, Textebenen und Formebenen. Sie können auch eine Bildsuche durchführen oder Ihr eigenes KI-generiertes Bild erstellen. Klicken wir zum Hinzufügen einer Textebene. Sobald Sie die Ebene ausgewählt haben, können Sie darauf klicken und ziehen, um sie an die gewünschte Position zu platzieren. Unsere neue Textebene wird nun im Ebenenbedienfeld dargestellt. Die Reihenfolge und Position der Ebenen ist sehr wichtig. Wenn wir unsere Sonnenebene über die Wüsteninsel-Ebene legen, wird sie sichtbar. Sobald sie jedoch darunter platziert wird, verschwindet unsere Sonne. Klicken Sie auf die drei Punkte, um die erweiterten Ebenenoptionen anzuzeigen. Sie können jetzt den Namen Ihrer Ebene ändern und auch die verschiedenen Mischmodi erkunden. Mischmodi ändern, wie Ihre Ebene mit den darunter liegenden Ebenen interagiert. Experimentieren Sie mit den verschiedenen Optionen, um deren Effekte zu sehen. Sie können auch eine Ebene sperren, um sie vor Bearbeitungen zu schützen. Oder wählen, ob die Ebene sichtbar oder ausgeblendet sein soll. Jetzt, da Sie wissen, wie man mit Ebenen arbeitet, viel Spaß beim Erstellen mit Pixel Rx. Das ist eine Ebene, die wir sehen, wie man mit Ebenen ist.